Noch nie oder nur wenig von der Phase-Logik gehört? Kein Problem, heute werde ich euch erklären, was ist die Phase-Logik bzw. was ist dann ein Phase-Regler. Grundsätzlich haben wir zwei verschiedene Sachen. Einmal die konventionelle Logik bzw. einmal hier eben die Phase-Logik. Jetzt haben wir aber bei der konventionellen Logik ein bisschen ein Problem, denn wenn wir jetzt sagen wollen, die Temperatur draußen ist heute nicht heiß, aber auch nicht kalt, dann wird es mit der konventionellen Logik schon mal ziemlich schwierig, wenn wir jetzt eben sagen möchten, es ist lauwarm draußen oder nicht ganz kalt oder irgend sowas. Das ist eben mit der konventionellen Logik ein Problem, denn bei der konventionellen Logik haben wir grundsätzlich nur einen Wert 0 oder 1. Da können wir im Endergebnis sagen, alles unter 20 Grad ist kalt und dann, sobald dieser Temperaturwert den 20 erreicht hat, ist es warm, aber das entspricht dann nicht ganz der Realität. In der Realität sieht das eher so aus wie bei der Phase-Logik. Das sieht dann im Endergebnis so aus. Dieses µ, was hier drüben ist, ist eben ein Einser bzw. ein Nuller hier drüben und hier haben wir Werte zu erzwischen auch noch. Dieses µ wird als Zugehörigkeitsgrad bezeichnet. Und da sieht man schon mal, wenn wir jetzt einen Wert von 20 haben und hier raufgeben, dann kommen wir irgendwo hier unter 0,75 raus. Somit können wir sagen, es ist nicht ganz kalt, aber auch noch nicht lauwarm. Zum Beispiel, so kann man das eben recht gut sagen. Der Begriff Phase-Logik lässt sich jetzt grundsätzlich mit unscharfe Logik übersetzen, wobei unschärfe jetzt nicht wirklich was mit Ungenauigkeit zu tun hat. Die Phase-Theorie bedeutet in etwa eben so viel wie die unscharfe Mengenlehre. Wie wir hier eben gesehen haben, stellt sie die Erweiterung der konventionellen Mengenlehre dar, indem sie eben Zugehörigkeiten zu einer Menge nicht mehr scharf abgrenzt, eben hier mit so einem direkten Fall nach unten, sondern sie lässt einen fließenden Übergang zu, eben wo wir hier zum Beispiel so ein breites Spektrum haben, wo wir das Ganze viel besser abgrenzen können. Hier ist kalt, hier ist warm und hier haben wir einen Übergangsbereich. Wenn wir jetzt so gewisse sprachliche Formulierungen haben, wie bei diesem Beispiel hier oben eben mit unserer Temperatur, dann ist die Temperatur eine sogenannte linguistische Variable. Und diese lässt sich eben mittels unscharfer Untermengen, wie eben zum Beispiel hohe Temperatur oder niedrige Temperatur, beschreiben. Die Phasilogik ist eine sehr umfangsreiche Logik. Das erkennt man darin, dass in vielen Büchern das Ganze mehrere Kapitel hat. Wer sich grundsätzlich für die Regelungstechnik interessiert, besonders hier zum Beispiel Phasilogik, aber auch andere Sachen, PED-Regler und so weiter, kann ich euch ein Buch sehr empfehlen, nämlich das Buch Grundlagen der Regelungstechnik vom Scharker Verlag. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wer da vorbeischauen möchte, gerne mit dem Link. Die Grundlagen wirklich sehr gut beschrieben. Dieses Video basiert auch auf diesem Buch, aber jetzt schauen wir da wieder weiter. Aus dieser Abbildung hier wird ersichtlich, dass bei einem linguistischen Term jetzt nicht nur ein scharfer Wert, zum Beispiel hier unsere Mitte 25 Grad zugelassen wird, sondern eben auch mehrere Werte, wie zum Beispiel von 20 bis 30 Grad wird die Temperatur als hoch eingestuft. Das Spannende in der Phasilogik ist jetzt im Endergebnis die Verknüpfungen. Nämlich bei der Phasiset-Theorie sind jetzt im Endergebnis dieselben Verknüpfungen möglich, wie in der normalen scharfen Mengenlehre auch. Da haben wir einmal eben unsere Schnittmenge. Diese entsteht eben bei der Verknüpfung zweier Zugehörigkeitsfunktionen mit einem Und. Dann haben wir unsere Vereinigungsmenge. Da haben wir das Ganze mit einem Oder-Operator, beziehungsweise die Komplementbildung, das letzte hier, das wäre mit einem Nicht-Operator. Was heißt das jetzt? Das schauen wir uns jetzt an. Nämlich wenn wir uns jetzt hier so ein Beispiel anschauen, dann sehen wir, dass hier verschiedene Sachen schon mal verschränkt sind. Und ja, es ist absichtlich, dass hier das eine unterschiedliche Steigung hat, denn das muss natürlich nicht immer gleich sein. Was wir jetzt aus diesen zwei Sachen heraussehen können, dass jetzt bei einer Temperatur von 20 Grad hier ein Zugehörigkeitsgrad von 0,75 zur Zugehörigkeitsfunktion kalt bildet. Und bei einem Druck von 250 Bar ist der Zugehörigkeitsgrad zur Menge, der Druck ist hoch bei 0,5. Da kann man jetzt zum Beispiel sagen, wenn unsere Temperatur warm ist, beziehungsweise unser Druck zum Beispiel hoch, was auch immer das für ein Druck ist, aber dann soll die Heizung nicht eingeschaltet werden. Oder eben, wenn wir haben, unsere Temperatur ist kalt und unser Druck ist gering, dann soll unsere Heizung eingeschaltet werden. Das kann man natürlich dann auch mit Oder so beschreiben. Ein weiteres Beispiel für die Grenzen der klassischen Methoden, also wo man eben dann eine Phase-Logik braucht. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Zug haben, dieser Zug kann mit einer unterschiedlichen Passagieranzahl fahren und das Verhalten ist auch stark vom Wetterabhängigen. Es kann Schnee sein, es kann Vereissen sein, es kann regnen oder warm sein. Man kann also hier nicht ein einziges gültiges Modell für die Regelstrecke angeben. Ein erfahrener Lokführer wird es aber wissen, wie er mit diesen Faktoren umgehen muss, auch wenn er jetzt über die physikalischen Hintergründe vielleicht keine Ahnung hat. Aber ein Regler kann das nicht. Der hat keine solche Erfahrungswerte. Und Erfahrungswerte ist schon ein guter Stichpunkt. Aber wie man mit dem berechnet, beziehungsweise wie das jetzt wirklich funktioniert, da sehen wir uns im nächsten Video an. Jetzt hier in der Endcard verlinkt. Bei Fragen natürlich gerne in den Kommentaren. Checkt das Buch auf jeden Fall auf, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich wünsche euch noch alles Gute. Haut rein und ciao.